Ein riesen Applaus für Stefan mit seinem Rennbietel. Ich glaube, wir müssen ihm ein Zeichen geben. Jawohl, er hat es verstanden. Ein riesen Applaus für Stefan. Von wegen, Bietel ist ein Frauenauto. Von wegen. Ja, ich habe es schon angekündigt. Der wichtigste Mann. Ich sage mal ganz krass, dieses Landes ist jetzt hier. Und ich wäre echt happy, wenn wir so einen Bürgermeister hätten. Denn das ist wirklich der coolste Bürgermeister. Weit und breit. Dieser Mann unterstützt euch. Der macht seit 31 Jahren eigentlich alles hier möglich. Und hier ist ein riesen Applaus für Adi Stark. Was wäre der Gummipplatz ohne dich, Adi? Ich glaube, ich muss aber herzlich Grüß Gott sagen. Danke fürs Kommen. Und dieser Gummipplatz bringt immer Spaß. Und das seht ihr immer wieder. Es ist wichtig.